Musik Bonjour Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video Musik Musik Und zwar heute zur Wetteinlösung Wir sind jetzt am wunderschönen Chiemsee Statement kurz, wie fühlst du dich? Ich fühl mich gut Es könnte ein bisschen gehold werden aber sonst Musik Gut, also wir sollen jetzt bloß noch einen richtigen Platz wo wir reingehen können Ich kenne da hinten ein paar schöne Plätze, wo wir im Sommer die ein oder andere Sachen machen können Und ähm Ja Da geht's schon links ein, schaut's hier Da gehen wir jetzt rein So, schaut euch mal den wunderbaren Ausblick an Das ist etwas schlecht Weil der fliegt Nein, der fliegt umso schöner weiter Da geht's schon richtig krass Morsch runter Statement, was sagst du? Da kann man besser rausschwimmen Da kann man besser rausschwimmen Das ist ausgerechnet Du bist der, der reingehen muss, du sagst das Vor allem waren wir eben da drüben Aber Aber der Steg ist ja besser Und nicht ganz so unstabil wie der andere Und Das Geile ist bloß Der Chiemsee Hat fast kein Wasser Das ist richtig geil Da kann er jetzt gleich drei Kilometer rein gehen Du musst komplett unter da haben, gell? Ja, da darfst du jetzt ein bisschen eingeschwimmen Ja Gut, dass wir gerutschen sind Und ist hier warm Das ist echt ein Zonohrleck Das ist echt ein Zonohrleck Ich geh da Guck mal die Jacken her da Oh der Affen weißen Jacken So Freunde, ihr habt's gesehen Der Nick hat die Wette eingelöst Sehr brav Wenn euch das Video gefallen hat Natürlich Daumen nach oben da lasst und abonnieren Schubsen bitte Also Bis zum nächsten Video Freunde Bye bye, euer Mucho